so dass ich meine besondere fähigkeit ich glaube es ist halt mich nach und nach und da kommt immer sein mit so ist halt mich nämlich der starb was ich nehme ich ganz gern möge diese besondere fähigkeit auch nicht drauf verzichten möchte und noch ein großer oder gewählte große noch ein bobbel ist es nämlich in dem nur kleine frauen und von den großen habe ich in goldbauung kriegt er gibt mir dadurch noch mehr das ist ein mann mit hörnerhelm und cape anzug irgendwas umhangen mysteriös 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 du stehst kurz vor der vollendung der ersten prüfung alle legerton in den türmen sind geschöpfe des bösen doch manche besitzen eine seele erlöst sie von ihrem schicksal der wächter beschwört dämonen das ist sowas wie unser erster post kam das betrifft treffen dieser das ist natürlich auch so stark sind aber sind roter war besondere rote stimmen des welches ertönt das leben ist auf dem weg zur welt zurückzukehren die erde befindet sich kurz vor der errettung die diese tür ist die ford zu neuem leben tritt ein epische musik gefällt mir die musik die ist geil eine welt über uns die jetzt auf uns zukommt die welt schicksalsraum wie man ihn auch nennen mag und dass man wohl standzeichen hinter uns um ist ja nicht hier unsere erde unser planet jetzt geht es wohl in den weltraum aus dem weltraum strudel kommen die länder wieder die kontinente kommt aus dem weltraum strudel wieder warum auch immer warum auch immer die länder aus dem weltraum strudel wieder kommen obwohl sie ist versunkene kontinente wer weiß das sieht aus wie schnee oder sowas ja es schneit gerade ja es schneit es schneit wieder auf der erde es schneit es schneit und imposante imposante musik scheint so eine art länderkorde zu sein oder eurer asien kehrt aus dem tiefen des meeres an die oberfläche zurück und melina regt ihre seele zurück und die weber und die weberin die weber reiche finden auch noch das finde ich ja schön einwandfrei coole sora coole sora coole sora gehen wir gleich mal zurück zu melina 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 werden wir gleich mal zurückgehen werden wir gleich mal zurückgehen die müsste ja noch oben in der weberrei sein sogar die hühner hat es eingefroren zu eis ja groß so wir leben wieder ich fühle mich irgendwie seltsam als würde ich aus einem tiefen tiefen schlaf erwacht hm komisch da ist melina als ich wieder zu mir kam wusste ich dass ich meine rettung nur dir verdanke choo die mein held ich ich weiß für wen ich dieses webstück für wen dieses webstück gedacht ist choo die da du uns so mutig geholfen hast will ich dir helfen ich würde all meine liebe in dieses webstück legen das ist aber nett das ist aber lieb von dir also nicht schlecht so da werden wir mal kurz speichern gehen in unseren neuen deck des speicherbuch hier ist noch alles zu eis und staunt hier ist noch ein speicherbuch dann werden wir mal speichern gehen so dann werden wir mal weiter gucken gehen schauen gehen mal schauen ob es den händler auch aber ich hätte mit dem 1 natürlich nicht konsum muss ja weiter gehen ne also konsum muss ja weiter gehen wir kommen wie kann ich die halbe 90 das macht zum 1 starke bloß 4 aus robustem holz gefertigt naja mein größtes teilspiel macht vor bloß bis 3 aber hat halt die besondere fähigkeit ne die kann ich jetzt nie unbedingt weg geben füllen füllen 20 kraftpunkte wieder auf das ist dann die bessere variante füllen nämlich dann schon gleich 70 kraftpunkte auf füllen und dieser komische hut aussehende ähnliches irgendwas dings hält vergiftungen abwehr plus 5 war 7 leder gefertigt da werden wir uns erstmal noch sowas holen vielleicht gleich 4 von denen noch und von denen noch und von denen noch 2 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 so ist unser geld alle so da gucken wir mal waffen also das wäre unsere anderen da haben wir noch nicht weiter aus gehen wir mal jetzt was in den silen gucken wir mal wie wir jetzt haben 7 halbknollen 7 halbknollen 2 wunderknollen und 2 gegengifte nachher war ich noch erwähnen sollte die maximale grenze sind 9 9 stück pro item also kann ich zum beispiel nur noch 2 zwei knollen mir kaufen um an das maximale mit ranzukommen und hier ist auch diese erwähnte zauberknollen möchtest du das ausbilden nein das erwähnte zauberknollen die man dann ins menü hochnehmen muss egospiegel ich habe schon 116 von 120 bald level abgeben das finde ich gut dass da wieder ein level abgibt so woher drüben noch ob es dann noch was beim magier meister dude gibt willkommen bei mario koste ein fest teilen entfessel die kraft des feuers verursacht eisige kälte rauf 5 goldtauber und einen kristall wir haben 2 kristall aber nur 4 goldtauber dann müssen wir wohl wieder gehen jetzt immer dann gehen wir mal wieder dann gehen wir mal weiter gehen wir mal weiter gehen wir mal weiter ab mich bl w w w w w